Also hier diese schöne Aussicht, wir haben hier eine wunderschöne Aussicht, wunderschöne Aussicht, hier, seht ihr das? Wir überlegen hier ein Grundstück. Im Sommer ist hier noch schöner, im Sommer, im Sommer ist hier noch schöner und wir wollen hier ein Grundstück und dann wollen wir schauen, ob wir da was machen können. Grundstück ist der Hammer, die Aussicht ist der Hammer und es ist im Winter nicht so heiß, es ist einfach eine geile Gegend, heute ist bewölkt, heute ist schlechtes Wetter, es ist herrlich. Also es ist viel zu tun, wir müssen Leute retten, wir müssen Menschen retten, die werden vergiftet in Germany. Das besprechen wir gerade hier und ich hoffe, wir schaffen es. Und das Problem ist aber, es muss mit Baugenehmigungen sein, dass es keine Probleme gibt. Weil wir sind, die wohnen alle hier und die wollen mit niemandem Stress haben und es soll hier alles gut werden. Und hier haben sie Villas gebaut, schöne Villas. Aber ich will nicht schon wieder Villas, ich will, wie gesagt, mit einem Kleingarten. Die Leute sollen glücklich sein, einfach ein kleines Häuschen mit einem kleinen Garten dazu. Mehr wollen wir nicht. Das wollen wir. Und das soll günstig bleiben. Das eine da kostet 300.000 Euro, das eine da, das ist Villa mit Pool und zweistöckig. So was wollen wir nicht. Wir wollen, wie gesagt, bis 15.000 Euro. Okay, sowas von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und passt auf euch auf.